So, meine lieben Gartenfreunde, heute gibt es mal wieder einen kleinen Rundgang durch unseren Garten. Hier könnt ihr sehen, wie alles soweit schon wächst. Hauptsächlich wollte ich die Kartoffeln mal zeigen, die ich von Heiko bekommen habe. Aber, ja, ich habe so lange nichts von den Kartoffeln hören lassen, weil die einfach nicht richtig gewachsen sind. So, inzwischen sind sie doch ganz gut gewachsen. In den hinteren drei Kübeln sind je vier Kartoffeln drin und in den vorderen sind je zwei Kartoffeln drin. Ja, ich freue mich, dass sie doch ganz gut gewachsen sind. Und bin gespannt, wie sie weiter wachsen. Ich habe sie gerade einmal gossen. Ja, und wenn es euch interessiert, seid nächstes Mal wieder dabei. Und ich danke fürs Zuschauen. Eure Sissi